so und damit grüße ich euch sag scheiße hallo herzlich willkommen was ist das für ein vogel ich kann alles kennen ich kann jeden scannen sturmvogel jetzt kann ich ihn auf einmal scannen fuck so sturmvogel harte außenhülle die sind natürlich stärke schock schwäche keine das ist aber sehr schön sehr wendige fliegende maschine mit einer großen auswahl von schock basierten luft bodenangriffen also das ist ein verdammt fucking riesen viech alter schwede alt ist das ein vogel ich tue mich schon gegen die kleine schweren frage ist wo gehen wir jetzt als nächstes hin ich würde es dann doch mal eher versuchen hier nach oben zu gehen da sind plünderer gibt es hier eine quest schuldige aber gibt es hier eine quest wie wir plünderer machen können langweine pürscher schieße platten von maschinen was für platten die montagne das ist so richtig cool hier dieses eck sag ich jetzt mal und hier sind ein bisschen grünzeug Ah, schön. Oh, oh. Oh, oh. Oh, zwei, vier, fünf. Hm. Was machen wir denn hier zum Glück? Ein bisschen sicherer. Diese Felsformationen auch richtig geil dargestellt. Richtig cooles optisches Gebiet so. Obwohl ich es mir doch immer noch ein bisschen grüner alles hier schön finde. Aber einen geschenkten Gaul hat er gemacht. So, hier sind wir erst einmal relativ, sag ich jetzt mal. Boah, was ist das da hinten? Ist das alles Felsformationen? Wie cool das aussieht. Ich lege mich doch am Arsch. Das geht ganz schön schnell. Wie komme ich da rauf? Da muss ich da irgendwo raufkommen, oder? Ach, hier ist der Bergpass. Kann man quasi hier nur ums Eck. Dann kommt man hier hin. Was ist jetzt? Jetzt ist es schwarz. Jetzt geht's wieder. Ähm. So, was haben wir denn hier hübsches? Zeigt's leider nicht an. Grau hab ich das Areal. Was ist das für ein Areal? Man kann's leider nicht erkennen. So, ich würde gerne hier nach oben, hier nach oben, müssten wir, können. Das Problem ist, vermutlich nicht hier auch von dieser Seite aus. Was ist das? Ach, das ist nur ein Baum, oder was? Junge, Alter, wenn du so ein Ding hast. Sorry, Freunde. Ah, machen wir nochmal hier wieder. Äh, Eloy. Warte mal, Eloy. Die Spiele verbergen. Ja, das sieht doch... Ha. Ah, Alter, so, Entschuldige. Ähm, ich versuch mal. Ich versuch jetzt mal wirklich hier. Vielleicht irgendwo hochzukommen. Ich vermute aber mal, dass es hier, zumindest von dieser Seite aus, nicht klappen wird. Was ist das für ein Tor? So, wir kommen hier auf jeden Fall erst einmal durch, wir kommen aber nicht da rüber, ne? Nee, dieses Tor wird uns fürs Erste jetzt mal versperrt sein, auf jeden Fall, von dieser Seite aus. So, dann laufen wir mal hier entlang. Also, und hier ist schon wieder Schnee, ne? Blündere, Alter. Blündere, Alter. Irgendeine Quest kann man doch mit Blünderem machen, oder? Oder? Nee, aktuell gerade gar nichts. So, wir markieren den Jungen mal natürlich. Alter. Ach, der hat mich hier gesehen. So, dann schnappen wir uns den mal. Metallscherben. Nehmen wir doch immer wieder gern. So, ich weiß, wir müssten hier rüber. Aber ich weiß nicht, gibt's hier noch was? Gibt's hier noch was, oder können wir jetzt einfach mal so hier rüber gehen? Okay, hier sind wir, denke ich mal, doch relativ sicher. Die laufen nämlich hier entlang. Jo, leben, leben, leben. Takturm. So, wir laufen mal hier entlang. Was machst denn du, Eloy? Äh, Eloy. So, ich guck nochmal, wo wir hier sind. Okay, wir sind hier. Hier haben wir einen Händler. Hier haben wir, Alter. Boah, das gibt auch noch so übelst viel zu entdecken, ne? Hier haben wir zum Beispiel einen Händler. Das wäre zum Beispiel jetzt ein Punkt, wo ich sagen würde, da könnte man mal hingehen. Ist das ein Waschbär oder ein Fuchs, ein Fuchs, ne? Du bläts, Viech du bläts. Junge, Junge, Junge. So, machen wir mal weiter. So, machen wir mal weiter. Aktuell ist nämlich jetzt Stufe 28. Hier ist nochmal so ein Turm. Und der Händler, der ist da drüben. Und eine hiervon. Und eine davon. Deshalb übelst man denen jetzt, ne? So, ich fühl mich jetzt hier doch, muss ich ganz ehrlich sagen, doch ziemlich, ziemlich sicher. So, ich weiß nicht, woran es liegt, denn... Hier sind zwar viele, aber wir können hier gut Bogen machen. Den Bogen drumrum machen, etc. Was ist das da oben? Da will ich hin. Freunde, so jung kommen wir nie mehr hier zusammen. Was zum Henker ist das? Tagturm? Warten wir hier schon mal. Ah, natürlich, natürlich. Natürlich, da ging es ja dann hier runter. Genau. Da sind wir nur dann wieder umgekehrt. Jetzt, Alter. So läuft der Hase. Okay. Speicherpunkt wäre vielleicht jetzt auch mal nicht schlecht, ne? Den Kampf haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. So, Hallöchen. Ähm. Stolperfalle. Waffen. Können wir da auch noch was kaufen? Da können wir aktuell nichts mehr. Wir haben 177 Scherben. Wenn dann wirklich nur was verkaufen. Ähm. Vielleicht die ein oder andere Modifikation. Verderbnis. Verderbnis. Den könnten wir eigentlich verkaufen. Getrost. So. Und sonst, ja, weiß ich nicht. Möchte ich eigentlich schon alles soweit behalten. Hast du irgendwie was Neues eigentlich? Waffen. Hm. Beziehungsweise Outfit hat sie hier noch. Oseram Funkenfängerin. Das ist natürlich geil, ne? Oseram Funkenfängerin. Oseram Funkenfängerin. Oseram. Ach. Die haben die alles, ne? Ah. Was fehlt da? Wüstenglas. Wo sollen das finden wir da? Oseram Fallbrecherin. Kaya Seite schwer. Alter, der sieht geil aus. Ah. Wir brauchen dringend. Schnellreisepunkte. Draht. Zünder. Lohe. Kühlsaft. Das ist ein goldener Schnellreisepunkte. Diese Gegend ermöglicht, unbegrenzte Schnellreisen zu entdecken, lange Umziellungen auf der ganzen Welt. Zehnmal fettes Fleisch. Zu verarschen. So schätze, ne Gratiskiste natürlich. Scherbenkiste, ne Modi-Kiste. Okay, dann lassen wir das mal so. Gehen natürlich ins Inventar und machen hier mal die kompletten Kisten auf. So, alles nehmen. Schockfalle. Genesung. Metallschirben. Yo. Metallgefäß. Reinholz. Yo. Lohe. Kühlsaft. Metallschirben. Da kommt doch ein bisschen was zusammen jetzt. Modifikation. Lohe. Schnellreisepunkte. 20 Metallschirben. 4 Metallschirben. Sehr schön. Spezialobjekte. Was haben wir denn hier? Metallblume natürlich. Yo. Zwei Metallblumen von Stufe 2. Klar. Jo. Ja. Das kann ich gut gebrauchen. Hm. Ich trau mich ehrlich gesagt nicht gegen die Viecher. Jetzt zeigt es dir schon wieder nicht an da. So. Hier sollte man aber wieder sicher sein. Meridian. Freiheide. Hier geht es nach Freiheide. Keine Ahnung was das ist. Boah. Ich bin da jetzt total überfordert ein bisschen am ehrlich zu sein. Was sind das für Viecher. So zeigt es dir jetzt nicht mehr an. Händler. Das zeigt es an komischerweise. Nur den zeigt er nicht an. Weil wir es noch nicht freigeschalten haben. Kann das sein. so kann ich sagen. Hier hat man halt eine Metallblume. Ach. Hier ist das noch. Okay. Wir sollten aber denke ich mal nach Meridian gehen. Was ist das? Hier unten ist noch was. Das müsste eigentlich zum Überbrücken was sein. Aber erstmal hier einen Speicherpunkt. Dann haben wir hier noch was. Wir könnten eigentlich das mal benutzen. Shit. Wollen wir nach Meridian reisen? Sooo. Wurffy Wurffy Wurffy. Tepplera. Puh, das war jetzt aber auch knapp, ne? So, wir überbrücken den Kollegen mal. Puh. Ganz im Ernst, diese Vogel macht mir übelst Angst. Alter. Boah. Weißt du, was da hilft? Okay, Freunde. Alter. Alter. Alter Schwede. Was ist der allergisch? Neues Jagdgebiet. Jetzt kannst du mir auch im Ohr schlägen. Wie willst du denen im Gegend treten? Wollt jetzt mal einer sagen? Wie sieht er mich noch? Boah, wie willst du den besiegen, Junge? Komm, schleicht die. Das schreit doch quasi, ne? Das schreit doch quasi, ne? Ja, schade, ne? Ja, schade, dass du das jetzt nicht so trinken kannst. Wildschwein. Wildschwein. Viel Stärke, der hat alles Stärke. Schade, ich schieße mich durch. So, hier könnte es Schwäche, ne? Alter! Alter! Fuck! Cheat! Hier in Mainz, die schafft es, wenn ich jetzt hier nach oben gehe, dass ich von denen eben kommen kann. Boah! Was hat die gesagt? Boah, leg mich am Arsch! So, Lagerfeuer entdeckt! Halleluja! Dass ihr hier lebt, ne, mit diesem gefährlichen Ungetüm! Du pennst dann hier drin, oder wo? Ich gucke mir ja gerne mal an, wo die immer schlafen irgendwie, ich weiß auch nicht. Jetzt jagen sie mich! Alter, diese Flügel! Wie willst du den besiegen, ey? Ich bin da viel zu schwach erst mal. So, ähm, wer ist die? Äh, was hast denn du da, hübsches alles? Den Kardia-Kriegsbogen, Schattenschleuder, kennst dich aus! Ah, wieso kann ich da keine Äste verkaufen, ey! Schade, schade, schade! Aber so'n Ding müsste ich doch verkaufen können, oder? Lohe! Komm, weg mit dem Gott, sag ich! Verkaufen wir mal ein bisschen Lohe! Kühlsaft, weg damit! So! Nun passt doch! 400 Metallscherben bekommen! Ähm, wir gucken mal auf die neue Quest! Jagdgebiete! Jo! Taldreff, Nora, Jagdgebiete! Haben wir ja schon! Das ist Stufe 20, alter! Großlauf, Jagdgebiete! Nee, das ist mir zu... Wir werden's auf jeden Fall machen, aber... Heute vergiss es! Trampler? Körper, Maschinen-Ding, Rio gesperrt! Ach, RHO! Ach, bei Betroffenen kreist er seine Gegend und setzt explosive Feuerangriffe ein! Harte Auslöse, Schwäche, Eis, Ausgrabungshörner, Energiezellen, Prozessoreinheit, Beute, Metallscherben, Gefäß, Zündertraht, Maschinenkernmittel, leuchtendes Geflecht, Tramplerlinse und Trampler-Herz! Nice! Nice, 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 nice! Wir gehen nochmal... Notizen, da haben wir Stürmer, Verwüste, Schnappmaul, Donnerkiefer, Sturmvogel, Eisbrüllerrückenfeuer, Panzerwanderer, Sägezahn, Trampler hier, das ist der! Ah, so ein Riesenviech, Breitkopf, Rotaugenwächter, Plünderer, Graser, so dann fehlen es noch eins, zwei, Grauharbicht, Sturmvogel, genau! Möchte ich doch nochmal kurz hier checken, Körper, Lohe-Belderantrieb, Eisbrüllerblitz, Blitzgewehr, Lohe, Kühlsaft, Metallscherben, Echohülse, Kristallgeflecht, Sturmvogel, Sturmvogel, Maschinenkern, groß, warte mal! Aber hier ist doch in der Nähe... Wir könnten mit ihm eigentlich noch labern, ne? So, Teile zusammen, Triebprüfung, binde den Trampler mit Hilfe des Seilwerfers fest. Ist machbar, ne? Schnelligkeitsprüfung, sei vor dem Grauharbichten bei den Wächter... Sei vor dem Grauharbichten bei den Wächterkadavern, alter! Und Fesselprüfung, binde Grauharbichten mit Hilfe des Seilwerfers fest. Alter, das ist auch nicht schlecht, ne? Aber Stufe 20, ich kriege ja nicht einmal die anderen hier, ne? Das ist mir ehrlich gesagt jetzt doch ein bisschen zu heikel, aber euch scheint es hier wohl gut zu gehen und ihr scheint auch hier wirklich sicher zu sein, ne? Alter, dass du hier wohnst, ne? Dass du hier lebst, alter! Das ist schon krass, ey! Würde ich niemals machen! Aber wo pennst denn du? Da hast du Essen, habbi, habbi, habbi! Sehr schön! So, dann... Hier haben wir noch irgendwas... Hier haben wir noch eine Lagerstelle... Hier haben wir noch was, hier haben wir noch was... Hier haben wir noch was. Wir könnten uns eigentlich das eigentlich auch mal alles genauer angucken, ne? Hier haben wir natürlich noch eine Brutstelle... Äh, die schreit quasi danach, ne? Dass wir sie uns... zu Füge machen. Ich glaub, die werden wir dann auch morgen mal in Angriff nehmen. Machen aber hiermit einen kleinen Cut. Machen hier eine kleine Pause und wir sehen uns dann wieder morgen in aller Frische zu Horizon Zero Dawn in diesem Sinne. Macht's gut! Servusle! Euer Franconia!